Ich suche jetzt eine Ebene F, die soll parallel zu E sein und durch den Punkt P verlaufen. Und wenn man nicht gleich weiter weiß, immer Skizzen machen. E liegt so, E hat ja einen Aufpunkt, das ist hier der 205 und dann die Vektoren U und V, die liegen hier so drin, U und V. Jetzt suche ich eine Ebene, die parallel ist und durch P verläuft. Dann nehme ich den gleichen U und den gleichen V und dann bin ich parallel und dann passt alles. Das heißt also, nur hinschreiben. Also F Doppelpunkt X ist gleich mein Punkt 341 plus Lambda 110 plus µ 121. Fertig, parallel. Wenn ich es in normalen Form bräuchte, müsste ich hier noch das Kreuzprodukt machen.